hey yo Leute was geht ab jetzt kommt zu einer neuen Reaction hier auf meinem Kanal heute mal wieder was ganz geil ist wahrscheinlich und zwar Leon hat einen neuen Track rausgebracht zusammen mit Timothy D da bin ich gespannt Highway to heaven ich würde sagen ich fackel gar nicht lange rum starten direkt rein ich steh an einem Fenster doch was soll das ändern ich steh an einem Fenster ich steh an einem Fenster doch was soll das ändern unsere Herzen sind geteilt ich verschwende deine Zeit und du rufst die Polizei ich steh an einem Fenster doch was soll das ändern unsere Herzen sind geteilt ich verschwende deine Zeit und du rufst die Polizei sag was erwartest du ich würde alles tun doch ich bleib nur ein Kapitel deines Tagebos der hat ne geile Stimme muss ich sagen die Stimme gefällt mir klingt richtig schön ich musste gehen um dein Heiz zu beenden in meinen Zug in Richtung Highway to Heaven doch Baby ich hab wieder zwei, drei, vier mal versucht an deiner Tür zu gehen denn nach fünf, sechs, schwarz fühle ich mich wie im siebten Himmel warum machst du nicht auf? komm ich morgen wieder oder geh ich drauf? wenn ich heute Nacht einen Start dann in deiner Einfahrt denn meine Liebe ist die Zeit sagt du rufst bitte geh doch weiter denn dein Herz ist blau und wird seitdem ich es geteilt hab ich steh an einem Fenster doch was soll das ändern unsere Herzen sind geteilt ich verschwende deine Zeit und du rufst die Polizei ja ich will dich nur lieben schreib dir hunderte Briefe und du lest keinen davon frag warum bist du evil bin verliebt in ein Demon doch du gibst mir keine Chance denn ich kann nicht erklären wie's mir jetzt geht kann die Sterne nicht mehr sehen weil der Augen funkeln so wie der Mond fühlt sich an als ob die Welt sich nicht mehr dreht bis mein Herz sie widerschlägt was ich wollte haben wir beide verloren jetzt steh ich an deinem Fenster was soll das ändern fuck du denkst ich stell dir nach und du sagst ich soll mich ändern weil ich muss etwas für ein schlechter Mensch ich war ich steh an deinem Fenster doch was soll das ändern ich muss sagen ich will die Part von Lian nochmal hören er kommt geil auf diesen Beat ne das ist schonmal klar ich will dich nur lieben schreib dir hunderte Briefe und du lest keinen davon frag warum bist du evil bin verliebt in ein Demon doch du gibst mir keine Chance ich kann nicht erklären wie's mir jetzt geht kann die Sterne nicht mehr sehen weil der Augen funkeln so wie der Mond fühlt sich an als ob die Welt sich nicht mehr dreht bis mein Herz sie widerschlägt was ich wollte haben wir beide verloren jetzt steh ich an deinem Fenster was soll das ändern fuck du denkst ich stell dir nach und du sagst ich soll mich ändern weil ich muss etwas für ein schlechter Mensch ich war ich steh an deinem Fenster doch was soll das ändern unsere Herzen sind getreut aber der Effekt hier ist auch geil ne auch der Übergang von Lian und seinem Part in die Hook mit dem Effekt drauf mehr dreht bis mein Herz sie widerschlägt was ich wollte haben wir beide verloren jetzt steh ich an deinem Fenster was soll das ändern fuck du denkst ich stell dir nach und du sagst ich soll mich ändern weil ich muss etwas für ein schlechter Mensch ich war ich steh an deinem Fenster doch was soll das ändern unsere Herzen sind getreut ich verwende deine Zeit und du rufst die Polizei ich steh an deinem Fenster doch was soll das ändern auch hier der Beataufbau der Beataufbau gerade war auch geil und dann halt nochmal in die richtige Hook rein an deinem Fenster doch was soll das ändern unsere Herzen sind getreut ich verwende deine Zeit und du rufst die Polizei ich steh an deinem Fenster doch was soll das ändern unsere Herzen sind getreut ich verwende deine Zeit und los aber ey ganz ehrlich geiler Song so kann man nicht meckern sag ich ehrlich kann man nicht meckern ähm ja ich hoffe ich hoffe for real dass die beiden noch ein bisschen mehr machen zusammen äh lass mal kurz gucken was hier alle was seit wann er hier schon anfängt also sogar schon seit 2018 macht er das schon auch anscheinend krasse Features so wie es aussieht und ich hab jetzt kein Plan was das die ist so äh ja keine Ahnung ah ja doch okay alles gut äh äh ey ganz ehrlich ich glaub da muss ich auch mal öfters reinhören ähm hat auf jeden Fall auch eine EP wie es aussieht ja das ist auch die einzige EP tatsächlich äh das ist auch die einzige EP tatsächlich aber ich glaube aber ich glaube for real da muss ich mal öfters reinhören ähm ja Leute wenn es euch gefallen hat lasst gerne ein Like und ein Abbot da schaut in die Video Beschreibung äh da ist natürlich das Ton wie immer verlinkt und dann würde ich sagen haut rein bis zum nächsten Mal bis dann bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal